DALI HCL Human-Centric Lightning für biodynamisches Licht Der PD4M HCL ist der neue DALI Präsenzmelder mit Tunable White Funktion, was so viel bedeutet, wie eine perfekt abgestimmte Lichtstimmung über den ganzen Tag. Voreingestellte Farbprofile steuern im Verlauf des Tages die Farbtemperatur und die Helligkeit im Raum. Ein solches biodynamisches Licht erhöht nachweislich das Wohlbefinden und hat positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Die zirkadiane Beleuchtung orientiert sich am natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus. Im Laufe eines Tages variiert die biologisch wirksame Beleuchtung. Nicht nur die Farbtemperatur von Warmweiß bis Tageslichtweiß, auch die Beleuchtungsstärke passt sich mit 500 bis 1500 Lux, dem zirkadiane Rhythmus des Menschen an. In der Lichtfarbe sind von Kaltweiß mit 5700 Kelvin über Weiß mit 4000 Kelvin nach Warmweiß mit 3000 Kelvin deutliche Unterschiede zu erkennen. Dabei erhöht blaues Licht den Cortisolspiegel und hat somit eine stimulierende Wirkung, wobei rotes Licht eine beruhigende Wirkung hat und somit den Melatoninspiegel erhöht. Licht ist somit der entscheidende Taktgeber für die innere Uhr des Menschen. Abends produziert die Zirbeldrüse das Schlafhormon Melatonin, hier in rot dargestellt. Es sorgt dafür, dass die Menschen ermüden. Morgens sinkt der Melatoninspiegel wieder. Etwa ab 3 Uhr morgens wird das Stresshormon Cortisol produziert, hier in blau dargestellt. Es regt den Stoffwechsel wieder an und programmiert den Körper auf Tagesbetrieb. Wenn der passende Lichtreiz als wichtiger Zeitgeber fehlt, kommt die innere Uhr aus dem Takt. Dies kann dazu führen, dass der Mensch antriebslos und müde wird oder gar das Immunsystem erkrankt, um die Jahrtausendwende identifizierten Wissenschaftler Fotorezeptoren in der Netzhaut des Auges, die nicht dem Sehen dienen, aber durch die Aktivierung verschiedener Hormone die innere Uhr stellen. Diese Zellen reagieren äußerst sensibel auf Licht mit hohen Blauanteilen. Das bedeutet, durch eine darauf abgestimmte Beleuchtung kann die Lebensqualität des Menschen entscheidend verbessert werden. Diese Lebensqualität und Leistungsfähigkeit kann in verschiedenen Einsatzgebieten festgelegt werden, wie beispielsweise Schulen, Industriegebäuden, Büros und Krankenhäusern. Der BEG Pure Color Melder generiert eine automatische Nachbildung des Tageslichts für mehr Lebensqualität. Und das alles in einem Gerät. Weitere Steuerungsgeräte sind nicht erforderlich.